Dieses Video handelt von Motivation. Es handelt von Motivation, Eigenantrieb und Selbstverantwortung. Das Video zeigt dir, wie sich ein Mensch, der vor 21 Tagen operiert worden ist, dem ein Marknagel aus dem Oberschenkel entfernt worden ist und die Brustferberversteifung entfernt worden ist, sich selber motiviert hat, dass er die Watzmannüberschreitung geht. Das Video zeigt dir, wie er das Ganze mit Eigenantrieb gemacht hat. Das zeigt dir, wie er selbstverantwortlich gehandelt hat und sich auf dem Weg gemacht hat. Dieses Video sagt dir im Endeffekt aus, lebe deine Träume, denn du hast nur das eine Leben. Nimm dein Leben in die Hand, tritt dir den Arsch und mach das, was dir wichtig ist. In Herzen wünsche ich euch viel Spaß und freue mich, dass ihr begleitet euch auf der Tour über den Watzmann. Dieses Video ist jetzt Teil 2 einer Reihe, die ich speziell für alle Menschen gemacht habe, denen es nicht so gut geht, die Motivation brauchen und die wieder aufstehen müssen. Es geht in dieser Reihe darum, wie schnell man eigentlich aus dem Leben gerissen werden kann. Und das Wichtigste dabei ist aber, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt. Und genau da sind wir jetzt im Teil 2 angekommen. Ich bin aufgestanden nach der Schwan-Operation und mache gerade eigentlich mehr oder weniger das, was mir am meisten Spaß macht. Ich gehe in die Berge, habe mir ein Ziel gesetzt vor zwölf Tagen. Das habe ich im letzten Video angesprochen. Und dieses Ziel, das will ich jetzt einfach erreichen. Und wenn ich das erreiche, dann glaube ich, ist das Motivation. Für jede Person da draußen, die Motivation brauchen kann, um es mir gleich zu machen, sich selber einen Ausstieg zu verpassen und einfach wieder mit Freude aufzustehen und rauszugehen in die Welt. Wenn ihr am Schluss des Videos der Meinung seid, dass dieses Video eine Person in einem Bekanntenkreis motivieren kann, dass sie aufsteht, dann bitte ich euch, dieses Video einfach zu teilen und die Person weiter zu schicken. Herrlich, herrlich, herrlich. Bis 60. das Wetter ist nicht so berauschend. Es zieht gerade ein Tiefdruckgebiet durch. Im Laufe des Tages wird es besser werden, bevor dann am Abend wieder die nächste Wetterfront einherzieht. Dieses Watzmann-Video wird auch um einiges kürzer sein, wie meine anderen Watzmann-Videos. Dennoch bietet es zusätzlich zur Motivation einen Mehrwert. Ich werde euch dann später oben noch sagen, auch fast, dass es jetzt darauf ankommt, weil es ist mittlerweile Herbst, auf was zum Aufpassen ist, wenn man in dieser Jahreszeit noch die Watzmann-Überschreitung machen will. Von daher bleibt es unbedingt dran. So, schaut mal da vorne, wie es der Wetterbericht gemalt hat. Im Laufe des Tages wird es schöner und die Sonne scheint schon das erste Mal gerade raus. Genial. So, so auf geht es Richtung Watzmannhaus. Oh, einfach herrlich. Die Sonne ist da. Schaut mal. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich mit dem Damm die Skitour gegangen bin. Watzmann-Überschreitung. Da ist damals, genau wie wir da gestanden sind, auch die Sonne hinter dem Göll aufgegangen. Das war einfach ein geniales Panorama. Wenn ihr das sehen wollt, Video verlinkt euch oben. Mit der Kaseralm. Und da oben, ja, er ist schon aus den Wolken heraus. Geil. Cool. Gut geplant von mir. Wetterbericht habe ich dreimal checkt insgesamt. Heute das letzte Mal um halbe 6 Uhr in der Früh, bevor ich weggefahren bin. Passt sehr gut. Ja, wenn ihr euch fragt, wie es mir geht. Mir geht es hervorragend. Mit 5 km habe ich jetzt streckenmäßig genau 25% der Tour. Ich habe jetzt 842 Höhenmeter im Aufstieg. Das sind 35% der Tour, was ich an Höhenmeter im Aufstieg zu absolvieren habe. Und ich habe jetzt an 100 Höhenmeter schon mehr gemacht, wie ich bis jetzt gemacht habe. Also bei meinen letzten zwei Touren. Ich lasse mir Zeit. Ich beanstreng mich nicht. Ich habe dabei. Das ist der richtige Zugang zu dem Ganzen. Und die Sonne scheint. Was will man mehr? Das gibt einem Kraft. Das gibt einem Energie. Und das gibt einem Motivation. Jo, Sportfreunde. Jetzt geht es gleich aus dem Wald raus. Und es ist nicht einmal weit. 300 Höhenmeter bis zum Watzmannhaus. Da werde ich noch einmal frühstücken. Es ist heute ein bisschen gefährlich. Weil es geregnet hat. Und über den Watzmann rennen sowieso 100.000 Leute. Das heißt, die Felsen und die Steine sind sicher voll abgespeckt. Gerade da auch im Wald. Und da wird es dann oben noch zum Aufpassen sein. Herrlichste Augei. Wahnsinn. Da vorne versteckt sich die Watzmannfrau. Und die Kinder im Kar. Was hat eine geile Stimmung. Wow. Wow. So seht ihr es? Pfalzalm. Zum Watzmannhaus eine Stunde rauf. Und da oben werde ich dann frühstücken. Das gönne ich mir. Weil Bergsport hat für mich definitiv was mit Genuss zu tun. Ich will nicht jeden Berg niederrennen. Ja. Gewaltige Stimmung heute. Gewaltig. Und schaut mal. Da ist die Fahne vom Watzmannhaus. Yes. Frühstück. Also das mit dem Frühstück passt echt hundertprozentig. Da oben ist auch noch eine Nebel drinnen. Mal schauen, ob es später noch besser wird. Drumherum in Richtung Hochkalt. Da voll die Gerle Stimmung. Wahnsinn. Und schaut mal da raus. Wahnsinn, oder? Das sind halt die Momente, die auch einfach dazu motivieren, dass man sowas macht. Ich weiß es ja, was ich in den Bergen erlebe. Aber diejenigen, die da am Sofa sind und den Arsch nicht hochkriegen, die wissen dem nicht, was sie versäumen. Wenn sie nicht aufstehen, wenn sie liegen bleiben, aufstehen. Steht's auf, Leute. Und nehmt euch ein Leben in die Hand. Macht's was. Erlebt's was. Schaut euch das an. Kaspress-Knedelsuppen. Um 9 Uhr in der Früh ist das nicht gewaltig. Also ich find's herrlich. Wow. Ma. Das ist am Watzmannhaus hier oben. Schau. Wahnsinn. Mh. Das ist ein Frühstück. Das ist ein Frühstück. Sehr nice. Mh. Episch im Gaumen. Wahnsinn. Ja, Leute. Bevor ich jetzt vom Watzmannhaus aufgegege, Richtung Watzmannhocheg, muss ich Ihnen unbedingt etwas sagen, was dieses Video nicht ist. Dieses Video sagt nicht aus, dass jeder, der jetzt eine Operation hinter sich hat oder generell, dass jeder Mensch dazu geeignet ist, die Watzmann-Überschreitung zu machen. Also das Video sagt nicht aus, du kannst jetzt aufstehen und die Watzmann-Überschreitung machen ohne Voraussetzungen. Die Voraussetzungen, die es dafür braucht, habe ich in genug viele andere Videos dokumentiert. Ihr könnt das auch im Internet sonst irgendwo nachlesen. Schaut es in die Description, in die Infobox bei mir nach. Da habe ich die anderen Watzmann-Videos verlinkt. Wie geht es mir? Wie geht es hervorragend? Ich habe jetzt in 25 Minuten Pause gemacht, habe mich gestärkt und schaut es einmal, Gangbild, Pipi-Fan, perfekt. Es spricht nichts dagegen, dass ich aufs Hochegg aufgehe. Es ist halt neblig, aber das macht man nichts aus. Es ist keine Gewitterneigung, keine Gewittergefahr. Das heißt, ich darf aufgehen. Und das mache ich jetzt auch. Eine Info für euch noch zum Watzmann-Haus. Ich habe nachgefragt, diejenigen, die es interessiert, das Watzmann-Haus hat 2019 nur noch bis 7. Oktober geöffnet. Danach ist das Watzmann-Haus geschlossen. Jo Leute, fett, oder? Am Weg zum Hochegg. Und schaut euch das an. Da vorne, der Berg, das ist der Göll. Dem habe ich das alles zu verdanken, was da heute passiert. Da die Watzmann-Frau schaut raus und dahinter ein Hochkönig. Und da auf geht es zum Hochegg. Also, wir bekommen noch ein paar epische Aufnahmen heute. Wer die nicht verpassen will, weiterhin dranbleiben. Geil. Wow. Also, bis vor 200 Höhenmeter habe ich gar nicht gewusst, ob ich die Tour herüberhaupt geschaffen werde. Weil, es sind doch dreimal so viele Höhenmeter, als ich bisher gemacht habe im Regenerationsprozess. Und 15 Kilometer mehr, als ich bisher gemacht habe. Vor 200 Höhenmeter habe ich gemerkt, ich habe keine Schmerzen. Das geht ganz gut. Und ich halte auch nicht so Schmerzmittel, darum schmeiße ich mir keine ein. Mein oberstes Ziel ist, ohne Schmerzmittel das Ganze zu machen und ohne Schmerzen. Und ich bin ganz gut unterwegs. Ob das nachher auch noch am Schluss der Tour so ist, wird man nachher eh am Gangbild sehen. Aktuell passt das ganz gut. Also, das ist eigentlich der Beweis, dass ich keine Schmerzen habe. Sonst müssen die nämlich ausweichen irgendwie. Auf jeden Fall, es ist nicht mehr weit, da vorne ist das Hochegg. Jo, Sportfreunde, ich stehe schmerzfrei. Und ohne Schmerzmittel am Watzmann Hochegg herum. Mit geilem Tiefblick ins Watzmann-Kar hinter mir. Ein Wahnsinn einfach. Fühlt sich super an. Und selbstverständlich mache ich jetzt die Überschreitung weiter, weil das wird weiterhin halten. Jetzt zeige ich mir aber was drüber an und tue das Checking auf die Seite. Weil da ist jetzt der Grat um mich. Jupp, perfekt. Richtig, richtig cool. Taugt mir. Voll cool. Also es wäre Zeit für einen Daumen rauf, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Servus, ich grüß dich. Schön, dass ich dich wieder einmal besuchen darf. Jetzt lasst mich gut rumme, bitte. Und runter. So, bei der Biwak-Schachtel. Sieben Stunden bis zur Wienbach-Grißhütte. Dreieinhalb Stunden bis zur Südspitze. Ich rechne dir einmal mit einerinhalb Stunden ungefähr. Das ist so eine Zeit, die ich normalerweise brauche. Und runter wäre wahrscheinlich drei Stunden. Vierinhalb Stunden. Ja, schauen wir mal. Ja, was ist mit dir? Ja, was ist mit dir? Ja. Ja, dann starten wir in das Abenteuer. Watzmann-Überschreitung, kommt ihr mit. Ah, ja. Ich fühle die Überschreitung jetzt ja nur so sporadisch, weil es in erster Linie mehr darum geht, dass ich die Tour mache. Wer gerne spektakuläre Aufnahmen oder ganz umfangreiche Aufnahmen von der Watzmann-Überschreitung anschauen will. Ich habe eine eigene Playlist zum Watzmann gemacht. Die verlinke ich euch jetzt oben im Video und unten in den Descripten. Ich habe euch vorher in einem Video gesagt, ich weiß später noch auf ein paar Sachen darauf hin, auf die ich jetzt im Herbst zu achten ist. Und 2016 hat es ihn gerade. Es liegt Schnee da. Und der Wetterbericht war, Schnee fahre ich auf 2600 Meter runter. Das kann Plus Minus variieren. Und genau aus dem Grund habe ich Steigeisen dabei. Das heißt, was könnt ihr mitnehmen im Herbst, plant euch eine Touren ganz gut und überlegt, ob ihr vielleicht Steigeisen, Pickel, eine zusätzliche Ausrüstung brauchen könnt. Die Bergrettung wird es euch danken. Da vorne ist jetzt das Hochheg und ich bin nicht mehr weit von der Mittelspitze weg. Hinter mir Mittelspitze. Nach wie vor keine Schmerzen. Das heißt, weiter geht's. Zeitlich bin ich genau in dem Plan, den ich mir vorgenommen habe. Mit 1,5 Stunden rum hat mir gedacht, eine halbe Stunde durch her und jetzt noch eine Stunde weiter her. Weiter geht's, weiter geht's, immer weiter. Und die Südspitze sieht man auch schon da vorne. Das Ziel, der dritte Gipfel, der Watzmann-Überschreitung. Zwei habe ich schon. Aber auf die Südspitze-Unge ist halt der weiteste Weg. Vor allem der Abstieg ins Wimbach-Gries. Da muss man sich nochmal voll konzentrieren. Ich gebe euch dann noch einen Sicherheitshinweis dazu, der ist ganz wichtig. Bleibt es unbedingt noch dran. Die Platten-Nabe ist im Winter richtig gefährlich. Genau, weil da ist da drüben meistens und da ist das eingeschnieben. Und da kannst du oft nicht da drüben runter. Dann musst du da runter. Zeige ich euch, wie das ausschaut. Wenn du das genauso wachst, findest du wie ich. Fetter Daumen auf, und zwar hört ihr das. So Freunde der Volksmusik, und diese Stelle da runter, die ist im Winter auch besonders spektakulär. Da haben wir uns zwei dritte ausgeschlagen. Des sechzes vermutlich. Da gibt es. Der dritte, aber das Steigeißnis, das fallen jetzt mal ohne. So, da ist jetzt der enge Kamin. Steinschlag gefährdet ist er grundsätzlich. Ich habe keinen Helm auf, weil es ist niemand unterwegs und von allein wird der Watzmann wollen nicht zusammenfallen. So, da ist es, Heute hat wirklich nur ganz sporadisch gefilmt. Schaut mal, da geht es in die Ostwand runter. Da habe ich auch schon ein paar Videos veröffentlicht. Das Video mit den Wegpunkten und Schlüsselstellen oben und unten auch verlinkt. Und voll cool schaut mal Königssee. Da fahren die Schiffe, da fahren der Obersee. Gewaltig. Und jetzt geht es zum ausgesetztesten Teil der Watzmannüberschreitung. Da füllen ich euch noch etwas mit. Jetzt bei der Stelle zeige ich euch auch was die Perspektive ausmacht. Und schon wesentlich angenehmer, oder? Die Stücke wo wir hier sind, das nenne ich immer Ostwandquerung. Weil man da unterhalb vom Grat, der im übrigen brüchig ist, vorbeigeht und wir befinden uns da einfach in der Ostwand. Da drüben kommt man von der Ostwand raus. Ist nimmer weit zum Gipfel. Ich habe gerade ein Alternativ aufgesteckt gemacht. Und da komme ich auf ein Zwei-Plus-Gelände. Da steigt man direkt vom Kreuz aus. Also Hirte will ich zuerst einmal einen fetten Daumen hoch. Und wenn du jeden Montag und Donnerstag auf der Suche nach Motivation und Berg-Sport bist, dann ist Hirte der Zeitpunkt, dass du meinen Kanal abonnierst. So schaut es nämlich aus. Das ist doch eine gewaltige Leistung. 21 Tage nachdem das Graffi aus dem Körper rausgekommen ist, die Watzmannüberschreitung machen. Ich habe keine Schmerzen. Super, richtig geil. Und jetzt mache ich eine kurze Pause. So schaut es aus. Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Das muss ich jetzt schmecken. Herrlich. Jo, Freunde der Nation. Jetzt geht es an den Abstieg. Und mit dem Abstieg ist es noch nicht getan. Von da heißt es jetzt noch höchste Konzentration. 1200 Höhenmeter. Ein Fehler kann tödlich enden. Darum sage ich das jetzt auch einfach so knallhart ganz am Anfang vom Abstieg. Dass das einfach einmal gesagt ist. Und ich zeige euch dann später, wo ihr das Hirnkastel ausschalten könnt. Da, der Gipfel. Da sind wir hergekommen. Das geht jetzt da runter ins Wimbachgrieß. Ja, da hinter mir seht ihr das Gelände, durch das wir runterkommen. Also da ist richtig zum Aufpassen. Wenn man wen oben sicher hat. Steinschlag gefährlich. Helm aufsetzen. Bei mir passt das alles. Das nimmt oben bei mir. Beziehungsweise sind die Leute weit weg. Die sind gerade erst am Gipfel angekommen und machen eine Pause. wie ich weggegangen bin. Und da runter geht es jetzt für den Alm- und Wiesenwanderer Hans Althuber in sein natürliches Element. Nämlich ins bayerische Schotterpulver. Kommt ihr mit? Ui, Pulver! Pulver! Jawohl, Pulver! Schotterpulver! Geil! Da seht ihr es noch einmal. Da durch die Wand kommt man raus. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen, dass da ein Weg runter geht. Aber es ist so. Und da geht es jetzt weiter runter. Und dann ist es noch einmal ein Abbruch. Und nach dem Abbruch gibt es dann noch eine Wasserstelle. Da freue ich mich schon drauf. Schon der Abfahrt. Keh dran. Juhu. Schotterpulver! Geht es gar nicht? Schotterpulver! Juhu, Sportfreunde! Jetzt holen wir noch einmal Wasser. Seht ihr hier. Und da vorne ist eine Wasserquelle. Kurz chillen noch einmal. Jo, Freunde der Nacht. Mittlerweile bin ich wieder unterwegs. Wasser habe ich mir noch einmal zur Gänze aufgefüllt. Und jetzt geht es da runter ins Wimbach. Der Ries. Schaut mal. Ihr könnt es euch vorstellen. Fehler ist da an vielen Stellen nicht drinnen. Es ist jetzt noch einmal Seil versichert. Und da vorne kommt dann die letzte von zwei Ketten. Nicht da, aber ums Eck noch einmal. Und dann kann man das Hirnkasten noch immer nicht ausschalten. Damit ihr hier auch einmal seht, film ich euch die. Das sind diese Stahlketten. Die sind total schwer. Die sind richtig, richtig schwer. Also nicht nur Hirnkasten braucht eine Kondition, sondern auch in die Ohren brauchst du auch noch ein Geruch. Ja, und in dem Gelände da hört es an. Das letzte Mal zum Aufpassen. Da sollte man auch nicht ausrutschen. Weil sonst liegst mindestens mit schweren Schürfverletzungen. Unten im Wimbach grüß. Es ist nicht sonderlich schwer da runter. Aber es ist halt ungut, weil so viel Schotter drinnen liegt. Das meinen sicher einige. Der Schotter Franz, der mag eh das Schotterpulver. Aber da runter mag ich es selber auch nicht. Ja Freunde, das ist Alpinbergsport. Und wenn ihr da seid, dann könnt ihr es mir gleich machen. Dann könnt ihr euch niederlegen. Dann könnt ihr euch niederlegen. Weil da hat euch der Watzmann hergegeben. Da kann nichts mehr passieren. Bis ihr an diesem Ort seid, gehört ihr dem Watzmann. Ich habe das im anderen Video schon gesagt, aber scheinbar haben wir das ein paar nicht gecheckt. Merkt es euch, erst wenn ihr hier seid, dann hat euch der Watzmann hergegeben. Ich bin schmerzfrei im Wimbach grüß angekommen. Das heißt, es ist mir wirklich gelungen, mein Ziel zu erreichen, zu verwirklichen. Ich habe es noch nicht realisiert. Wahrscheinlich werde ich dann später noch einen richtig argen Grinser haben und freue mich richtig, dass mir das aufgegangen ist, innerhalb von drei Wochen nach der Operation diese Tour zu schaffen. Also eine richtig geile Leistung taugt mir. Und ich hoffe, dass das den ein oder anderen hierzu motiviert und dass es vielleicht den ein oder anderen mitreißt, noch einmal, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn ihr jemanden kennt, der eine Motivation braucht und wenn ihr glaubt, dieses Video könnte der Person dabei helfen, dann freue ich mich, wenn ihr es teilt. Teilt es weiter. An alle anderen bedanke ich mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugeschaut habt. Ich verabschiede mich Herzen von euch, weil ich werde in der Finsternis draußen angekommen. Ich trinke in der Wienbach Griershütten noch ein Bier auf mich und auf euch. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. An alle, die noch nicht in meiner Community sind, würde ich mich freuen, wenn sie meinen Kanal abonnieren. Und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben und denen das Video gefallen hat, Daumen hoch. In dem sehr vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Pfiat euch. Tschau.